Moin moin und hallo. Heute Schulternheben im Obergriff. Wir nehmen uns auf der Bank Platz. Wir nehmen unsere Kurzhanteln. Wir nehmen unsere Kurzhanteln rechts und links im Obergriff neben unsere Ohren und drücken unsere Arme gerade nach oben. Fast durchstrecken und wieder zurück. Und zur Seitenansicht. Rückansicht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Abonniert mich, wenn ihr wollt. Gebt mehr positives Feedback und ich wünsche euch viel Erfolg. Bis zum nächsten Mal. Zun zun.